Also ich bin die Jennifer. Ich bin seit insgesamt fast sechs Jahren beim Mühlmax. Nach einem halben Jahr hat mich dann die Einkaufsleitung das angeboten, dass ich zum Einkauf wechseln kann und jetzt bin ich eben seit zweieinhalb Jahren da. Also die Hauptaufgaben sind die Artikel-Einlistungen, das heißt wir müssen die ganzen Daten, die uns bekannt sind, über den Artikel ins System eingeben. Dann im Einkauf machen wir zum Beispiel auch die ganzen Verpackungen. Meine Lieblingsaufgabe ist eigentlich die Artikel in der Werbung oder die ganzen Texte. Da müssen wir schauen, dass das alles richtig angegeben ist und das ist eigentlich meine Lieblingsaufgabe. Es ist im Allgemeinen einfach angenehm. Also mein schönster Moment beim Mühlmax war, wie ich nach meiner Lehre, nach den drei Jahren eben das Angebot vom Einkauf bekommen habe, dass ich in die neue Abteilung wechseln kann und ja, das war eigentlich für mich recht überraschend und spannend. Einfach einen neuen Bereich kennenlernen und mehr Verantwortung einfach im Job übernehmen. Mühlmax sieht doch gleich besser aus.